Kennst du die fünf Sprachen der Liebe? Nee, die meine ich nicht. Ich meine die hier. Jetzt fragst du dich eventuell, hä? Was haben denn diese fünf Symbole mit Liebe zu tun? Laut dem Paarberater Dr. Gary Chapman stehen sie für fünf verschiedene Wege, wie wir Liebe zeigen und empfangen. Vielleicht kennst du das, du gibst voll viel Liebe, aber dein Gegenüber checkt's nicht. Chapman sagt, das könnte an euren unterschiedlichen Liebessprachen liegen. Dieses Konzept hast du vielleicht auf Social Media oder im Internet schon mal gehört oder dir ist es begegnet. Ob da was dran ist, ob wir wirklich Liebessprachen sprechen und warum ein Autotank dabei erwähnt wird, das erkläre ich euch in diesem Video. Das Konzept der fünf Sprachen der Liebe wurde in den 1990er Jahren von Dr. Gary Chapman, einem Paarberater und Pastor aus den USA, entwickelt. Er sagt, wir zeigen und empfinden Liebe alle auf unterschiedliche Art und Weise. Und er nennt diese individuellen Ausdrucksformen Love Languages, also Liebessprachen. Stell dir vor, du sprichst Deutsch und jemand anderes habla hispanol. Das würde ja ziemlich kompliziert werden, sich zu verstehen, oder? Genauso verhält es sich auch mit der Liebe. Wenn du und dein Freund oder deine Freundin in unterschiedlichen Sprachen miteinander sprecht, dann sind Streit oder Missverständnisse eigentlich vorprogrammiert. Laut Chapman gäbe es fünf Hauptsprachen, mit der wir Liebe und Zuneigung ausdrücken. Und wenn wir in einer Beziehung gegenseitig wissen, was diese Tendenz der anderen Person ist, dann können wir uns super verständigen. Jetzt schauen wir uns die fünf Sprachen mal genauer an. Erstens, Words of Affirmation. Menschen mit dieser Love Language fühlen sich besonders geliebt, wenn sie schöne Komplimente oder positives Feedback bekommen. Das muss nicht immer Ich liebe dich sein. Ein Danke, dass du den Müll runtergebracht hast oder Schön, dass du da bist und lässt dir Herz höher schlagen. Zweitens, Quality Type. Für diese Gruppe ist es besonders wichtig, wenn sie mit ihren PartnerInnen ungestörte Zweisamkeit verbringen, beziehungsweise gemeinsame Zeit. Also einen Film zu gucken oder einen Spieleabend zu machen oder so. Dabei geht es nicht um Ich bin anwesend und schaue zwischendurch auf mein Handy, sondern es geht um 100%ige ungeteilte Aufmerksamkeit. Drittens, Receiving Gifts. Hier geht es um Geschenke, die die Liebe und Zuneigung zeigen. Nicht der Preis ist wichtig, sondern die Bedeutung dahinter. Das kann der Lieblingsjoghurt aus dem Supermarkt sein oder auch was Selbstgebasteltes. Hauptsache, es wird vermittelt, ich habe an dich gedacht. Viertens, Acts of Service. Es gibt Menschen, die fühlen sich besonders geliebt, wenn man ihnen bei praktischen Dingen hilft. Also einen kleinen Teil der Arbeit abnehmen, wenn die zum Beispiel überfordert sind. Das kann sein, bei den Hausaufgaben zu helfen oder im Haushalt, im Alltag oder auch mal mit dem Hund zu gehen. Fünftens, Physical Touch. Das bedeutet, sich streicheln oder zu küssen. Aber es geht nicht um Sex, sondern es geht um körperliche Nähe ohne Hintergedanken. Klar, eigentlich haben wir alle so ein Bedürfnis nach Nähe und Zärtlichkeit, aber die Intensität unterscheidet sich. Für die, bei denen körperliche Nähe die Hauptsprache der Liebe ist, für die sind Umarmungen im Alltag oder Händchen halten einfach das Größte und die schönste Freude, die man denen bereiten kann. Aber Achtung, relativ bald nachdem Chapman das publiziert hatte, gab es schon Kritik von anderen, die gesagt haben, vielleicht gibt es ja auch eine sechste Sprache der Liebe. Was, wenn mein Partner meine Partnerin eher introvertiert ist und die Batterien auflädt, indem sie alleine ist und ich als liebevoller Partner gönne ihr das? Und vielleicht ist das nämlich auch eine Sprache der Liebe. Und vielleicht gibt es noch viel mehr Sprachen der Liebe. Vielleicht hast du gerade irgendwelche Schwierigkeiten, dich in einer dieser Hauptliebessprachen wiederzufinden, weil du dich in allen fünf wiederfindest. Das ist total normal. Das geht vielen Menschen so. Das ist auch einer der Kritikpunkte, die geäußert wurden an Chapman, dass doch alle für uns eigentlich bedeutsam und wichtig sind. Davon würde ich auch erst mal ausgehen. Dennoch kannst du dich natürlich fragen, ob eine dieser Sprachen für dich irgendwie wichtiger vorkommt, irgendwie mehr Bedeutung für dich hat, beziehungsweise ob du, wenn eine davon fehlen würde in deiner Beziehung, da traurig werden würdest. Du kannst dich auch fragen, was wünsche ich mir eigentlich von meinem Freund, meiner Freundin? Was könnte er oder sie mehr machen, mir mehr zeigen? Und vielleicht findest du ja so einen Zugang. Wenn dir dieses Konzept der fünf Sprachen der Liebe taugt, dann kannst du das auch in deinen Freundschaften oder in deiner Familie anwenden, denn das ist ja auch eine Form von Liebe, die wir da empfinden. So, was bringt dir jetzt dieses Wissen über diese Liebessprachen eigentlich? Naja, wenn du und deine Freundin unterschiedliche Liebessprachen sprecht, Also nehmen wir mal an, deine Sprache der Liebe ist körperliche Zuneigung und deine Freundin möchte ganz viel gemeinsame Zeit verbringen. Da könnte es im schlimmsten Falle zu Missverständnissen kommen oder ihr redet aneinander vorbei, weil sie nicht versteht, warum du die ganze Zeit kuscheln willst und so auf Körperliches aus bist. Und du fühlst dich aber vielleicht zurückgewiesen, weil sie nicht kuscheln möchte. Mit diesem Beispiel im Hinterkopf wird auch deutlich, dass Chapman da auch nonverbale Kommunikation meint. Für dich ist Kuscheln ein Ausdruck von Liebe, ohne dass du sprechen musst, für deine Freundin vielleicht die gemeinsame Zeit und die ungeteilte Aufmerksamkeit. Und all das ist wichtig, sagt Chapman, weil Liebe eigentlich funktioniert wie der Benzintank eines Autos. Wenn dieser Liebestank leer ist, dann kommt auch die Liebe zum Erliegen. Also das ist so eine Metapher, die er benutzt, dass er das wie bei einem Autor einfach vergleicht. Wenn da aber Sprit drin ist und dieser Tank gefüllt ist, dann kann euch die Liebe durch stressige, unproblematische Zeiten bringen. Wichtig ist einfach, dass ihr aufrichtig seid, wenn ihr euren Liebestank füllt und nicht aus so einem manipulativen Gedanken heraus, damit die andere Person auch mal was für mich macht. Und kleiner Tipp von mir, diese Sprachen der Liebe, die können euch näher zusammenbringen, wenn ihr vielleicht einfach ganz direkt kommuniziert, ey, ich hatte einen ätzenden Tag, ich brauche bitte eine Umarmung. Und im Gegenzug aber auch zu fragen, gibt es was, was ich für dich tun kann, wenn du siehst, dass die andere Person vielleicht einen harten Tag hatte. Fassen wir zusammen. Gary Chapman hat sich ein Konzept ausgedacht, wie wir Liebe und Zuneigung ausdrücken würden. Und manche Menschen erkennen sich darin wieder. Manche finden das hilfreich für ihre Beziehung, du vielleicht auch für deine. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die Kritikpunkte anschauen, was die Sprache der Liebe angeht, landen wir schon mal bei, das ist wirklich nur eine Idee. Das ist eine Idee, die er hatte, weil er als Pastor Paare berät. Hier landen wir beim zweiten Punkt. Als Pastor hat er manchmal wohl eher so traditionelle Ansichten, weil Chapman zum Beispiel sagt, ganz allgemein hätten Frauen eher Zuwendung über Kochen und so weiter als Sprache der Liebe und Männer eher über so körperliche Intimität und Nähe. Diese traditionellen alten Geschlechterrollen, die kennen wir ja zuhauf, die brauchen wir vielleicht nicht auch noch in unserer Beziehung. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass dieses ganze Konzept niemals in Wissenschaft und Forschung irgendwie nachgewiesen werden konnte, beziehungsweise es konnte nicht gezeigt werden, dass das irgendwie Hand und Fuß hat. Deswegen wird das in der Psychologie zum Beispiel auch überhaupt nicht gelehrt oder im Studium beigebracht. Und? Wie stehst du zu dem Konzept? Glaubst du, du hast eine Liebe-Sprache? Glaubst du, du hast eine andere als die 5,6 hier erwähnten? Schreib das mal in die Kommentare. Bei weiteren Fragen rund um das Thema schreibt eine E-Mail an das Team der DAK Gesundheit. Mehr Videos von Sheila, Volker und mir gibt es bei Dr. Sex auf TikTok und Instagram. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass einen Like da, aktiviere die Glocke und abonnier diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal.